So, wir sind hier beim kleinen, festen, großen Garten. Und das läuft hier wie folgt ab. Und zwar sind hier in den Herrenhauser Garten... Hier sieht man das. Lauter Theatergruppen oder so Darsteller, Künstler halt, die ihre Vorstellungen machen. Und, ne, die ganze Atmosphäre ist hier halt sehr festinemäßig. Und, ne, die ganze Atmosphäre. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Les Calera, die Leitung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.